Hallo! Hi ihr Lieben! Ja, ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Ich wollte ja diese viertägige Masterclass of the Potency of your Divine Design, also diese absolute Macht, diese Kraft, diese Power von deinem Divine Design hier auf Englisch und auf Deutsch machen. Und jetzt weiß ich, wie ich es mache. Ich mache einfach erst Englisch und dann mache ich Deutsch. Und ja, wir fangen an. Was ist Divine Design auf Deutsch? Wie bin ich dazu gekommen? Hallo Manu, jetzt gibt es es auf Deutsch. Diese Divine Design Teachings, die mache ich seit ungefähr zwei Jahren. Mit diesen Divine Design Teachings habe ich mein ganzes Leben von Leid, von körperlichem Schmerz, von emotionalem Schmerz geheilt. Und jetzt möchte ich das eben auch auf Englisch und auf Deutsch für eine ganz, ganz große Community teilen, weil es so diese absolute Wahrheit über unseren Seinszustand ist. Und diese erst mal kennenzulernen, dieses Divine Design in uns kennenzulernen und dann im nächsten Schritt zu verstehen, was es bedeutet, als ein Mensch in einem perfekten göttlichen Design, das nie fehlerhaft war, das nie falsch war, durchs Leben zu laufen. Darin steht unsere ganze Macht. Da ist unsere ganze Power. Da ist all das drin, was wir uns erwünschen. Da ist all das drin, was wir brauchen, um endlich glücklich und gesund zu sein. Das ist in unserem Divine Design. Und alles, was wir tun müssen, ist darin einsteigen, unsere menschliche, limitierende, beschränkte, einschränkende Denkweise aufzugeben und aus der höchsten göttlichen Perspektive, aus dem Divine Design heraus zuerst uns und dann die ganze Welt zu sehen. Und das bedeutet, dass wir unser menschliches Sein, unsere menschliche Identität absolut sterben lassen können, dürfen und müssen, um sie zu ersetzen mit unserem Divine Design, mit unserer göttlichen, göttlich designten Identität ersetzen. Und das ist das, was ich immer gesucht habe. Das ist das, was ich immer wollte und dass ich das, was ich von niemandem gehört habe. Außer von der Kirche oder von anderen Religionen oder von anderen Teachings, die aber alle in einer Form eine Bedingung dran gestellt haben. Eine Bedingung, dass ich etwas tun muss, um etwas zu sein. Und dieses wusste ich immer schon, dass es nicht wahr ist. Es geht nicht darum, dass ich etwas Spezielles tue. Es geht nicht darum, dass ich etwas Spezielles erreiche. Es geht nicht darum, dass ich irgendwo eine Praktik, eine Methodik, eine Technik perfektioniere. Es geht darum, dass ich erkenne, wie dieses Spiel des Lebens läuft. Dass ich mein Divine Design erkenne. Und aus diesem Divine Design erkenne ich, dass alles schon so ist, wie ich es haben will. Wenn ich es denn nur sehen kann. Was ist Divine Design? Göttliches Design. Göttlich heißt, es ist absolut in Ordnung. Es ist fehlerfrei. Göttlich heißt, es muss nichts tun, machen, verdienen. Es ist schon. Das heißt göttlich. Göttlich heißt, es ist bedingungslos. Wo es da ist, keine Bedingung dran gesetzt. Kein Umzu, du musst noch und so weiter und so fort. Das heißt göttlich. Und dass du und ich und jeder Mensch genau so designt ist, darum geht es. Alles andere, alles andere sind Persönlichkeitsteachings. Alles andere, auch Human Design, sind Persönlichkeitsteachings, die versuchen, ein Bild einer Persönlichkeit zu beschreiben und es dann zu bewerten. Divine Design macht das nicht. Es gibt keine unterschiedlichen Bewertungen und Persönlichkeiten. Wenn du dein Divine Design kennst, dann weißt du, dass jeder Aspekt von dir Divine ist. Dann brauchst du keinen Erlaubnisgeber mehr, der dir sagt, dass du als Generator, Generator, Projektor, manifestierender Projektor oder was weiß ich nicht was, endlich in Ordnung bist, so wie du bist. Sondern es geht genau dorthin, wo du in deinem Divine Design 100% in Ordnung bist. 100%! Du musst nichts mehr erreichen. Alles an dir stimmt. Und wenn du das weißt, dann wird dir dein Außen alles, was Manifest ist, alles das, was du anfassen kannst, das du mit deinen fünf Sinnen wahrnimmst, das ist das Manifest, das kannst du dann aus dieser höchsten und perfekten Perspektive sehen. Wahrnehmen, annehmen, betrachten, inklusive dir selber, inklusive deinen Körper. Aber das wird nicht funktionieren, solange du dich noch mit dieser Identität beschäftigst und identifizierst, die dir Menschen gegeben haben, mit deinem menschlichen Design, mit deinem Human Design. All das, was Menschen jeweils über dich gedacht haben und was du übernommen hast, was nicht gut genug ist, entspricht nicht deinem Human Design. Nimm dir die Kraft, nimm dir deine Potency, nimm dir deine Power. Und damit du deine hundertprozentige Kreationskraft freisetzen kannst, leben kannst, erleben kannst, musst du diese menschlichen Beschränkungen und Beschreibungen verlassen. Nur dann bist du in diesem Potenzial, in dieser Kraft, in dieser Power. Als Mensch hast du keine Kraft. Als beschränktes Denken hast du keine Macht. Und deswegen struggelst du und deswegen leidest du, deswegen tut alles so weh. Und der Schmerz ist weg, die Trauer ist weg, die Verzweiflung ist weg, die Hilflosigkeit ist weg, wenn du diesen Sprung machst aus deinem Human Design in dein wahrhaftiges Divine Design. Und es ist so leicht zu verstehen, weil du kannst dich gut als Baby sehen. Du kannst gut sehen, wenn du dorthin gehst, in eine Vorstellung, wo du als Baby hier geboren worden bist. Wer wurdest du? Wer hat dich zu dem gemacht, was du bist? Wodurch bist du zu dem geworden, was du glaubtest zu sein? Wodurch warst du die Beste in der Schule? Wodurch warst du die Schlechteste in der Schule? Wodurch warst du die Kleinste? Wodurch warst du immer die Nachzüglerin? Wodurch warst du der Ungeliebte? Wodurch warst du der Mann, der immer rödeln muss, der sich immer um alles kümmern muss? Wodurch wurdest du zu dieser Person? Durch Ansichten und Definitionen aus menschlicher Hand. Menschliche Hand ist beschränkt. Menschliches Denken ist logisch und analytisch. Denkt in Zusammenhänge. Denken in Zusammenhängen sind Limitierungen. Denken in Abhängigkeiten sind Limitierungen. Der einzige Weg, wie du da rausbrechen kannst, ist, dass du verstehst, was dein Divine Design ist. Dass du weißt, dass dein Verstand weiß, dass du es verstehst, dass es in deine absolute hundertprozentige Klarheit, zweifelsfreie Klarheit kommt, dass du von göttlicher Herkunft bist. Und göttliche Herkunft heißt, perfekt, fehlerlos, vollkommen in Ordnung, immer gut genug, immer akzeptiert, immer geliebt und immer unterstützt. Und wenn es da drinnen ist, dann wird es sich ausdrücken in deiner Welt, in deiner Kreation. Und das, was sich bis jetzt ausgedrückt hat, ist nur das, was deiner inneren Überzeugung entspricht. Und wenn du maximales Potenzial, maximale unglaubliche Dinge in deinem Leben kreieren willst, die dein Verstand jetzt noch nicht kennt, musst du ihn trainieren, diesen Raum zu eröffnen. Musst du ihn trainieren, diese Möglichkeiten zu sehen und zu erkennen. Nur dann wirst du in dieses Potenzial eintreten. nur dann wirst du diese Power spüren. Nur dann wird es für dich das absolut Normalste zu sein, dass du eine Vorstellung hast und sie zeigt sich im Außen. Du hast eine Vorstellung, sie zeigt sich im Außen. Und weißt du was? Jetzt ist es schon so. Jeden Moment. Du hast eine Vorstellung, sie zeigt sich im Außen. Du hast eine Vorstellung, sie zeigt sich im Außen. Und diese Vorstellungen aus einer Divine Identity heraus, zu haben, bedarf es, dass du diese Divine Identity bist. Dass du diese Foundation über deinen wahren Seinszustand aus allerhöchster und limitierter Idee für dich akzeptierst. Und solange du noch in deinem Human Design rumrennst und sagst, ich bin die, die konnte das nicht, ich bin die, die hat immer das und das Problem gehabt, mit denen hatten die Männer immer Schluss gemacht. Ich wurde immer verlassen. Ich bin auch von meinen Eltern verlassen worden. Ich war ein ungewünschtes Kind. Ich war ein Frühchen. Ich war immer die Beste oder die Schlechteste in der Schule. Ich wurde gehänselt. Ich wurde gemobbt. Ich habe immer am wenigsten verdient. Ich verdiene nicht genug. Ich bin nicht erfolgreich. Ja. Human Design. Human Design. Human Design. Und jetzt gehen viele und gehen suchen, warum das so ist. In irgendwelchen Human Designs, Teachings und Charts. Und dann haben sie eine Erklärung. Sagen sie, ja, das ist halt so. So bin ich halt. Da mache ich jetzt halt das Beste draus. Ich mache diese Schwächen zu stärken. Aber das ist nicht Potency. Das ist nicht Power. Das ist nicht Macht, wenn du Schwächen zu stärken machst. Macht und Power ist, wenn du erkennst, dass da gar keine Schwächen da sind, die du bearbeiten musst. Dass da gar nichts Schlechtes, nichts, was nicht in Ordnung ist, da ist, was du korrigieren musst. Dann kommt doch Potency. Da kommt doch Power. Da kommt doch Kraft. Da kommt doch Macht. Da kommt doch Energy. Und das ist die Energy, die du brauchst, um zu kreieren, ein Leben, das dir entspricht, das schön ist, das freudig ist, das sicher ist, das spaßig ist, das voll der Liebe ist, das voll Erlebnisse ist, wo du nichts und niemandem erlaubst, dich einzuschränken, weil du weißt, du bist Divine Design. Und du weißt, keine Idee über Geld kann dich einschränken. Keine Idee über deinen Körper kann dich einschränken. Keine Idee über die anderen Leute kann dich einschränken. Keine Idee über die Politik kann dich einschränken. Keine Idee kann dich einschränken im Divine Design, weil Divine Design hat keine Einschränkung. Also hat Divine Design auch keine einschränkenden Ideen, Vorstellungen. Ideen sind Vorstellungen, sondern es ist groß, es ist da, es ist Potency. Und in dieses Potenzial musst du eintreten mit deinem ganzen kompletten Seinszustand. Und dann feuert es auch nur so raus. Und solange du dir das nicht glaubst, weil du dieses Human Design Denken hier noch aktiv hast, ja, aber, ja, aber, ja, und, ja, und, ja, und, dann hast du nicht noch nicht verstanden, was Divine Design Denken bedeutet. Und das versteht man nicht auf einen Schnipp, weil da ja das andere Denken noch ist, das einfach noch aktiv sein will. Und deswegen ist dieses Training, deswegen ist diese Berichtigung, deswegen ist dieser Switch, deswegen ist diese Divine Jumps, deswegen sind diese ganzen Techniken, die sind nur da, deinem Verstand beizubringen, was es heißt, dass du Divine bist, dass du in dieser Potency, in dieser Kraft und in dieser Power bist, dir alles da draußen zu kreieren und generieren, was du möchtest. Alles. Und ich habe in meinem Manifestationsprogramm schon drüber gesprochen, wie Manifestation funktioniert. Es ist so eine geile Reise, es ist die Divine Design Reise. Manifestation ist nur ein Teil davon. Die ganze Reise bedeutet, wer du bist in deinem Divine Design, wie du denkst, was du nachher aus all diesem heraus kreierst, wie du die Welt zu einem Ort, einem paradiesischen Ort machst, wie du zu einer Person wirst, wo im Paradies lebt und wo andere Menschen sieht, die im Paradies leben. Und das ist das, was du als kleines Kind schon immer wolltest. Das, was wir alle wollten. Wir haben uns so gewünscht, dass alle glücklich sind, dass keine Sorgen da sind, dass kein Leid, kein Drama. Und das ist das Divine Design, das will, das weiß, dass es das haben kann. Deswegen sucht es das. Deswegen suchen wir als Kind mit unseren kleinen Kinderhändchen, mit unseren kleinen Kindergeschrei, versuchen wir, Divine Design herzustellen und es klappt nicht. Aber jetzt sind wir erwachsen. Und jetzt können wir es verstehen. Und jetzt können wir in unsere Potenzie reingehen. und das ist eine Entscheidung und eine Entscheidung, die du nicht rückgängig machen solltest, weil du kannst wieder zurückhüpfen. Du kannst immer wieder dein Human Design leben, leben, immer wieder. Aber wenn du dich entscheidest, dieses Leben aus einer höchsten, höchsten göttlichen Identität herauszuführen, in einem menschlichen Körper, der aber von einer göttlichen Schaltzentrale geführt wird in seinen Gedanken, in seinen Gefühlen, in seiner Wahrnehmung und du weißt, du drückst all das aus. Das ist Heilung. Und zwar nicht nur Heilung in kleinem Maß, sondern Heilung der Welt, der Menschheit. Dazu sind wir hier. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wir sind hier, um das zu lernen. Und das ist das Große. Und das Große gibt es bei mir im Ultramind. Und es fängt mit der Foundation an. Du brauchst die Foundation, die muss stabil sein. Und dann hast du diese Potency von deinem Divine Design. Und das ist für dich da. Es ist für dich da. Und ich kenne alle die Versionen von dir, die möglich sind, das zu leben und das zu erleben. Du kannst es nur nicht mit deinem Human Design Denken erreichen. Es wird immer limitiert bleiben. Und Potency ist unlimitiert. Es ist sich selbst regenerierend. Es generiert immer wieder mehr und mehr und mehr. Und deswegen ist das Wort Überfluss für Divine Design Denken das Normalste der Welt. Überfluss an allem. Darin leben wir. Das ist unsere Potency. Das Replenishing. Das immer wieder auffüllen. Wenn du das erleben willst, herzlich willkommen in meiner Welt. Herzlich willkommen in deiner Welt. Weil die Divine Design Welt ist für uns alle die gleiche Welt. Das ist der Ort, wo wir alle gleich sind. Das ist der Ort, wo wir alle verbunden sind. Das ist der Ort, in dem wir leben wollen. Und da geht unsere Reise hin. Komm mit. Reise mit mir. Da ist verschiedene Möglichkeiten. Du kannst immer noch das Manifestationsprogramm kaufen. Du kannst die Foundation kaufen. Du kannst gleich ins Ultramind hüpfen. Du kommst mit auf die Yacht. Und du wirst als anderer Mensch nach einer Woche schon den Rest deiner Divine Design Reise antreten. Es liegt an dir. Du hast die Power. Du hast die Potency. Ich kann nicht. Ich habe keine Zeit. Ich kriege es nicht hin. Solange du diesen Glauben noch verfolgst, wird er sich bewahrheiten. Solange du diese Überzeugung verfolgst, wird sie wahr sein. Und erst dann, wenn du das aufcrackst, wenn du dich aufcrackst, dann kommst du in deine Potency. Und vorher kannst du strampeln, zappeln. Es ist energetisch unmöglich. Ich war da. Ich habe es gesehen. Ich habe es durchlitten. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist. Ich weiß, dass es nicht notwendig ist, das zu durchleiden. Du kannst es lernen. Du kannst dein Leid von heute auf morgen fallen lassen. Ich bin da. Ich bin deine Reiseleiterin. Ich freue mich auf dich, wenn du ready bist. Bis dann. Und see you tomorrow. 10.30 Uhr in diesem Fall. 10 Uhr auf Englisch. 10.30 Uhr auf Deutsch. Bis dann. 10.30 Uhr